Marsch! Anfangszeit! Grüßen! Abteilung von rechtsbrechtab im Arbeitstembetrag. Bei E! Anfang halbe Beute rechts. Im Mittel kommt eine Pferdelänge geradeaus. Danach halbe Beute links. Bei A! Abteilungsschritt Mittelschritt. Im Mittelschritt durch die halbe Bahn wechseln. Bei Erreichen des Fußschlages im Arbeitstempo antragen. Abteilung im Arbeitstempo. So, Wallop! Marsch! Auf die Mittelzehrkörper rücken. Ganze Bahn! Vollreichende kurzen Seite. Abteilung im Arbeitstempo. Trab! Durch die ganze Bahn wechseln. Abteilung im Arbeitstempo. Valop! Marsch! Auf dem Zirkel geritten und an der offenen Zirkelseite mit der inneren Hand überstreiten. Abteilung im Arbeitstempo. Trab! Ganze Bahn leicht traben. Abteilung im Arbeitstempo. B! Anfang halbe Beute links. Im Mittelpunkt. Eine Pferdelänge geradeaus. Danach halbe Beute rechts. Bei F aussitzen. Anfang rechts dreht. Links marschiert auf. Marsch! Anfang halbe Beute rechts. 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 So, Nota, ja du reizt gerne in die Hand.